Guten Mittag. Oh mein Gott. Ja, es wird geblockt. Es ist fünf Vormittag sogar. J. Dizzle ist in der Haus. J. Dog. J. Dog. Val. Ja, wie man unsperr kennt, wir haben eine Buttload von Technik aufgebaut. Butt. Das ist alles, was ich gehört habe. Ja, und wir machen jetzt wieder eine kleine Recording Session für... Sorry. Soviel zum Thema, du musst kotzen, wenn du dich selber siehst. Das war das, ja. Ja, und mein Stuhl... Oh, ich sollte mich nicht so schmühlen mit dem Stuhl drehen, ne? Nein, das hast du auch letztes Mal schon, aber ständig gemacht. Hi, mein Name ist Martin und ich bin dumm. Ja, ich würde sagen, wir starten mal einfach, ne? Ja. Judith, was tust du dort gerade? Ich sortiere, aber du hast das schon überhaupt nicht sortiert, ne? Okay, dann prüfe ich es einfach nicht. Weil ein gewisser Jemand seine Discs nicht wieder in die Höhle tun hat. Und das kann ich so nicht mit ansehen. Dann musste ich den Martin ein bisschen nur... Das war gerade so schön. Ich habe nur ein... Das war dieses typische, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Ja, bin ich auch. Ich bin sehr enttäuscht. Siehst du. Ja. Ja, ansonsten, wir machen gerade eine Pause unserer Recording-Session. Wir haben... Was haben wir gespielt? Wir haben... Resistor und Resident Evil. Genau, Resident Evil Relations 2 gespielt. Was ich so gerne mag? Würfel ich. Und? Neu. Mit einem D20? Ja. Cool. Ähm. Cool. Cool. Ähm. Ähm. Ich habe vergessen, worum es geht. Achso, wir haben Transistor und Resident Evil Relations 2 gezogen. Brrrr. Jetzt gleich machen wir noch... Äh. Walking Dead. Danke, ich bin... Und, ähm, dann haben wir tatsächlich genug Material, dass wir ab der nächsten Woche quasi vier Wochen wieder posten können. Dreimal die Woche. Vielleicht sogar viermal die Woche. Das sind... Und dann treffen wir uns wieder kurz vor knapp und... Ja. Und nehmen dann wieder vier bis fünf Wochen auf. Dann, ja, es ist... Also, wie kurz vor knapp es war, um euch das einmal näher zu bringen. Wir brauchen morgen unsere neue Folge Resident Evil. Transistor, immer noch. Transistor, scheiße. Und die müssen wir jetzt... Die haben wir heute aufgenommen. Da Martin einen... Minimal besseren Rechner hat als ich, wird er das dann heute rendern. Ja. Das heißt, bei mir wird das ungefähr in einer Viertelstunde gerendert sein und dann, ich denke, in einer Dreiviertelstunde hochgeladen. Wenn ich meine 50.000er Leitung habe, wird es auch schneller hochgeladen sein. Und ich habe jetzt mein LAN-Kabel. Oh, yeah. Ja. Sag was, Judith. Ich kann unter Stress nicht hängen. Dann sag... Danke. Judith ist weg, es ist abends. Hier, der ganze Shit ist wieder abgebaut. Wir haben für die nächsten viereinhalb Wochen Material aufgenommen. Das heißt halt auch, wir müssen ja immer aktuell drei Playlists pflegen und das heißt, wenn wir uns treffen, müssen wir auch immer diese drei Spiele tatsächlich spielen. Immer so vier, fünf Folgen lang. Das bedeutet schon etwas Aufwand. Ähm, ja, ich wollte ganz gerne vorher noch etwas vloggen, also vor jetzt. Aber ich hatte einfach das Problem, dass der Akku der Vlog-Kamera so gut wie leer war und ich den jetzt erstmal laden lassen musste. Ähm, wie viele haben wir eigentlich? Wir haben zehn. Der Daily-Blog von gestern ist hochgeladen und veröffentlicht. Der, die Folge Transistor, die wir morgen posten müssen, lädt gerade hoch. Ähm, die ist in einer halben Stunde hochgeladen. Ich bin echt glücklich mit meinem Laden-Kabel. Ich weiß, das klingt total banan, aber das macht es für mich echt wesentlich einfacher, weil ich dann, äh, jetzt morgen auch direkt irgendwie fünf, sechs Videos für F-Word Gaming fertig editieren werde und die einfach in einem Schwung direkt hochladen kann. Fertig ist die Laube, nicht mehr drum kümmern. Wunderbar. Äh, ja, ähm, ich hab jetzt gar nicht mehr viel zu erzählen für heute. Von daher wünsche ich euch jetzt einfach mal eine gute Nacht. Ich muss morgen arbeiten. Danach bin ich bei Steffi. Bisschen handwerklich aktiv sein. Die braucht dann meine Unterstützung. Ähm, wir sehen uns morgen früh beim neuen Daily-Vlog. Leute, schlaft gut.